Ein Telemarketer ist ein kaufmännischer Büroangestellter, der sich auf Telemarketing spezialisiert hat. Ein Telemarketer ist also für das Telemarketing, also den Telefonverkauf, zuständig. Als Telemarketer arbeiten sie in der Regel für ein externes Callcenter-Unternehmen, in dem in den meisten Fällen viel mehr Telemarketer arbeiten. Alle diese verschiedenen Telemarketer sind für telefonische Verkaufsdienstleistungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen oder Produkten verantwortlich. Die Förderung von Dienstleistungen und Produkten ohne Direktvertrieb kann auch eine der Aufgaben eines Telemarketers sein. In diesem Fall kann ein Telemarketer dafür verantwortlich sein, Termine zu vereinbaren, damit ein Folgeinterview stattfinden kann. Ein Telemarketer muss nicht für ein Callcenter-Unternehmen arbeiten, da ein Telemarketer auch direkt für eine bestimmte Organisation arbeiten kann, die ein eigenes Callcenter hat. Die inhaltliche Arbeit, die ein Telemarketer ausführen wird, kann je nach Organisation unterschiedlich sein, aber sie zielen in der Regel auf den telefonischen Verkauf von Dienstleistungen und Produkten und die Förderung von Waren oder Dienstleistungen ab. Ein anderer Name für Telemarketer kann auch Telefonverkäufer sein. Telemarketing ist in der Wirtschaft auf unterschiedliche Weise üblich. Telemarketing ist heutzutage an strenge Regeln gebunden, denn nur Leute anzurufen ist nicht in allen Fällen erlaubt. Ein Telemarketer ist daher an bestimmte gesetzliche Regeln in Bezug auf das Recht, Personen anzurufen, gebunden. Ein Telemarketer kann daher auch als kaufmännischer Angestellter angesehen werden, der sich auf Telefonverkaufstechniken und Gesprächstechniken spezialisiert hat.